Untertitelung des ZDF, 2020 Die Melodie aus Sergio Leones Welterfolg »Mein Name ist Nobody« Du musst mir meine Kleinigkeit verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen? Sergio Leone präsentiert nun einen neuen Super-Western der Weltklasse. Nobody ist der Größte. Ich möchte frei sein wie ein Adler, lass mich doch fliegen, auf der Stange sitze ich doch schon. Der Mann ist doch wahnsinnig, säg ihm den Ast ab. Das finde ich aber unfall, einem Mann den Ast abzusägen, bitte nicht, oh Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Der Mann ist sofort festzunehmen. Hilfe! Ich komme hier nicht raus! Hilfe! Hier, falls du länger hier bleibst, damit du nicht verhungerst! Ich hab' mir ne ganz dumme Frage, was passiert, wenn man vier Asse in der Hand hat? Sag mal, ich hör' doch schon wieder was, du auch? Aha. Und da meine Taschenuhr nicht so laut ist, kann es sich nur um ein Pferd handeln. Den Hufschlag kenn' ich. Es ist soweit! Die Todesmelodie. Und danach kommt nichts mehr. Kein einziger Ton. Du vernimmst nur den Angstwind, der dir durch die Hose streicht. Dein Humor wird gleich vergehen. In ein paar Minuten wirst du der toteste Bursche sein, der jemals gelebt hat. Na dann mal los! Los, rein mit dir! Hier bin ich, Schnullerbacke! Kuckuck! Mach's gut, Junge! Und Empfehlung an die Eltern! Kommender, melde Gehorsams, der Geier ist schon wieder entkommen. Hast du gehört? Und ich dachte, er würde nicht vom Morgengrauen abhauen. Er hat gar keine Chance, da sind viel zu viele Soldaten. Ach was, die nimmt er gar nicht zur Kenntnis. Wenn der was will, dann schafft er es auch. Nobody ist der Größte. Hey, Tarot! Olle! Hier, lass den Mantel rausmachen! Jetzt kriegt er schon wieder auf den Telegrafenmast. Ja! Ja! Ha! So, nun mach mal Platz da, damit Papa sein Feuerzeug aufbauen kann! Juhu! Und hier halten wir! Entschuldige, ich muss dir mal einen Dampf abdrehen, sonst erstückt die Lady noch. Moment mal, das ist meine Schultasche! Und warum schließt du die Tür? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Ich kann nur hoffen, dass da unten jemand steht und mich aufhängt. Nein, das Vergnügen! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Nobody ist der Größte! Merkwürdige Arschenbecher haben die. Na, willst du auch einen Schluck? Oh ja, danke! Sehr aufmerksam! Los, Mann! Zieh! Entschuldige, ich muss erst mal einen umlegen, ja? Drück mir die Hufe, dann kriegst du nachher noch einen Schluck. Oh, klasse! Ich hoffe, das hat euch gefallen! Na, sehr schön! Das macht mich unsagbar happy! Und damit mein Pferd auch was von dem Applaus hat, könnte ihm nachher eine Tüte Heu reichen! Nobody ist der Größte! Und damit mein Pferd auch was von dem Applaus hat! Das macht mich... Ich bin der Größte! Ich bin der Größte! Ich bin der Größte! Ja, ich bin der Größte! Ich bin der Größte! Das war ein! Untertitelung des ZDF, 2020